Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einem neuen Video von mir und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe richtig Bock auf dieses Video, denn ich werde in diesem Video auf hässliche Figuren reagieren, denn wir kennen sie doch alle. Furchtbar schreckliche Figuren, schreckliche Bootlegs, wo man sich fragt, wer zuhört gibt dafür Geld aus? Und darum soll es jetzt in diesem Video gehen. Ich weiß, es ist immer Geschmackssache, aber in diesem Video geht es jetzt einfach mal um hässliche Figuren. Und das werde ich auch so äußern. Ich habe all meiner Freunde darum gebeten, mir diese Figuren rauszusuchen, deswegen gucke ich sie mit euch jetzt das allererste Mal an. Ich hoffe, diesem Freund geht es gut, dass das nicht so schreckliche Figuren waren, aber auf jeden Fall freue ich mich richtig auf das Video. Ich hoffe ihr auch und ich würde sagen, wir starten. So, ich öffne jetzt den ersten Link, den ich bekommen habe und ich bin schon dermaßen gespannt. Ah ja, der Klassiker, eine Naruto Bootleg. Also, wer weiß auch, natürlich ist das wahrscheinlich keine Bootleg, laut dem Verkäufer, aber oh mein Gott. Ja, weiß ich nicht. Würde ich mir jetzt persönlich nicht hinstellen? Was soll denn das gute Stück kosten? Ja, okay. Ja, okay. Ne? Ja, okay, dafür kann man das machen, wer es mag, aber... Diese Augen sagen, töte mich. Ohne Scheiß. Gehen wir von der ersten schrecklichen Tragödie in die nächste. War mir klar, dass solche Figuren kommen, aber ich muss ja immerhin nichts ausblüren, da man ja hier auch nicht viel sieht. Ja, habe ich sowieso nie verstanden. Also, ich habe nichts gegen Erotikfiguren, aber... Aber wenn diese arme Frau keine Rückenschmerzen hat, weiß ich auch nicht. Ähm... Nee. Oh, nee. Weißt du, das Gesicht ist gar kein Problem, ne? Aber... Ähm... Ja, doch. Aber weiß ich aber auch gar nicht, wie teuer die ist, ey. Das hätte mich nochmal interessiert, aber gut. Ähm... Ja, machen wir mal weiter mit dem Nächsten. Ah. Oh. Das war mir so klar, dass diese Figur da reinkommt und diese... Also, ich kenne die Figur, die habe ich schon mal gesehen und mich sehr krass darüber lustig gemacht. Ähm... Ich weiß nicht. Ich glaube, es spricht von sich. Ähm... Ich frage mich diese ganzen proportionalen Verhältnisse. Das ist halt schon... Vor allen Dingen, warum der Kopierer? Also, was hat dieser junge Büroangestellte in seinem Alltag so vor? Weiß ich nicht. Ich frage mich wirklich, also... Ich weiß, glaube ich, dass diese Figur wirklich nicht teurer ist. Ähm... Ich... Also... Ich weiß nicht. Ich würde sie nicht bei mir hinstellen. Bin da auch wirklich jetzt... Ähm... Ja, okay. Ähm... Ja. Ist auf jeden Fall eine interessante Figur. Und ich finde sie echt schrecklich. Wirklich. Und... Nee, Mann. Nee. 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 Ah. Aber weiter ins nächste Wunder. Oh, was ist mit der? Oh, 140... Ja, okay. Ich verstehe es. Also... Ich würde da so gerne ranzoomen, aber ich kann nicht. Also... Ja. Ja. Ich muss sagen, ich finde es jetzt nicht so schrecklich wie die anderen, die jetzt da waren. Aber... 140 Euro... Sieht aus wie eine Bootleg. Tatsächlich. Ja. Hm. Nee. Also, nicht die schrecklichste hier in der Liste, aber 140 Euro denke ich mir so... Weiß nicht. Nächste. Ja, ich bin jemand, der immer alle Cookies zu lässt, weil ich da zu faul für bin. Och, ich finde den gar nicht so schlecht. Also, vielleicht habe ich auch eine hohe Toleranzgrenze tatsächlich. Also, ich würde ihn mir jetzt nicht kaufen, aber... Äh... Ganz ehrlich. Was, welchem Anime ist denn das? Keine Ahnung. Nee. Finde ich jetzt nicht so krass hässlich, muss ich sagen. Ich würde es mir nicht hinstellen, auf gar keinen Fall. Auch nicht für 50 Euro. Aber hässlich finde ich sie trotzdem nicht. Oh. 140 Euro? Hm. Aber ich hätte jetzt ehrlich gedacht, dass diese Figur 30 Euro kostet und nicht 140 Euro. Die hat echt ein schlechtes Gesicht, muss ich euch sagen. What the fuck? Nee. Doch. Also, allein die Füße. Entschuldigung mal. Ich weiß, ich kenne den Charakter nicht. Kann sein, dass das von... Dass das da ist, aber... Nee. Würde ich mir jetzt auch nicht kaufen. Gehen wir weiter. Was mit der Figur? Die finde ich auch nicht hässlich. Die ist von Neon Genesis Evangelion. Ah, okay. 160 Euro. Holy. Warum? Also, es gibt genau solche von Madoka. Mit Kimono. Und die kosten... Ich meine, die haben damals neu irgendwie 40 Euro gekostet. Ist die besonders groß? Habe ich keinen Misting? Vor allem Misting. Sagt doch genial. Ja, okay. Die ist schon sehr groß, ne? So. Deswegen. Also, ich glaube... Ich glaube, das ist schon gerechtfertigt, der Preis. Ich finde sie nicht sonderlich schön, aber hässlich finde ich sie auch nicht. Also, von daher... Weiß ich nicht. Also, die kann ich jetzt nicht so judgen, muss ich sagen. Ja, okay. Ich muss hier leider ein paar Sachen ausblühen. Aber ich glaube, man kann sich das schon vorstellen. Okay, diese Fakku ist ja sowas von hässlich. Vor allem ist das ein Affe. Wer es mag, aber holy. So eine Hässlichkeitskranz. So einen möchte ich haben. Also, was man aber auch noch mal sagen muss von dieser Figur. Ich glaube, sie ist sehr gut gearbeitet. Also, es ist näher an dieser Figur. Ja, schön. Mach mal weiter. Next one. Guck mal. Oh Gott. Das sieht ja so schrecklich aus. Was ist das? Ja, das ist eine Figma-Figur, glaube ich. Weiß ich nicht. Wer ist das denn auch? Also, kenne ich auch tatsächlich nicht. Sein Seiya. Bin es nicht bewandert mit. Aber 90 Euro für so eine... Das sieht aus wie diese Actionfigur, die man damals gekauft hat beim Jawohl oder so. Äh, ja. Ich glaube auch einfach, das Charakter-Design ist nicht das Beste. Aber ja. Schön. Aber kommen wir zur letzten Figur. Und ich hoffe, das wird jetzt... Ich hoffe, das wird jetzt ein Höhepunkt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Oh. Warum kann man die denn nicht größer machen, Freunde? Haha. Was ist mit ihrem Bein? Stell dir mal vor, man hat solche... Ich wusste nicht, dass man solche Muskeln überhaupt im Bein haben kann. Also gut, ich habe keine Muskeln in meinen Beinen, aber... Aber wenn es so aussieht, will ich auch gar keine haben. Ach, du. Ich muss sagen, die... Also, von der Seite gefällt sie mir doch am besten. Ja. Von der Seite definitiv. Aber von vorne muss ich euch sagen... Alter, was ist auch das hier? Was ist das? Ist das eine eingebaute Plattenrüstung? Was ist das? Was ist das? Hä? Ich verstehe überhaupt diese Proportionen. Überhaupt nicht. Aber gut, ich kann auch nicht sagen, wie ein muskulischer Körper... Was ist das mit diesem Kopf los? Also bitte, wenn sie einer von euch zu Hause stehen lässt... Ich bin schon völlig drüber. Wenn sie von euch einer zu Hause stehen hat, dann... Warum? Schreibt es mir in die Kommentare. Warum? Guckt euch den Hals an. Das passt doch überhaupt nicht zusammen. Und dann ist das nicht mal gut verarbeitet. Sprech ab. Die ist so hässlich. Oh Gott. Also, das ist ja wirklich ein super Abschluss. Also, wirklich. Ich muss darauf erst mal klarkommen. Was kostet die denn? Ja. Also, 100 Euro. Also, für 100 Euro bekommt ihr auf jeden Fall Masse. Wahnsinnig hässlich. So, das war's aber mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich hoffe... Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss sagen, ich bin teilweise ein bisschen verstört von den Figuren. Aber, hey. Es gibt immer Liebhaber für irgendwas. Verstehe ich vollkommen. Aber mein Geschmack ist es nicht. Also, von daher fühlt euch nicht angegriffen, falls ihr besonders die letzte Figur bei euch stehen habt. Jenseits. Aber falls ihr auch hässliche Figuren habt, die ich mir mal anschauen soll, schreibt mir gerne per Instagram oder per E-Mail und schickt mir Bilder oder Links davon. Und ich schaue sie mir sehr, sehr gerne an. Ich liebe es, solche Figuren anzuschauen. Von daher freue ich mich auf weitere hässliche Figuren-Videos. Und ich freue mich aber umso mehr, wenn ich euch in meinem nächsten Video wiedersehe. Bis dahin. Tschüss.